Ein bekannter Regisseur sucht aktuell eine junge Schauspielerin für sein neuestes Filmprojekt. Das passt ja alles auf mich. Ich meine, ich bin Schauspielerin, ich habe sehr viel Erfahrung vor und mit der Kamera, ich liebe es zu reisen, also ich bin irrsinnig motiviert, ehrgeizig und verlässlich. So sehe ich aus mit offenen Haaren. Und ich bin bei der Agentur The Actors. Also, wenn ich euch gefalle, dann fragen Sie Thilo Hafner nach Conny Bös. Vielleicht klappt es ja mit uns, ich würde mich freuen. Hat das immer Sinn? Wo ist dein Lächeln? Wo ist es? Nein, dein ehrliches Lächeln, dein richtiges Lächeln. Ja, das sind unsere Garderobe. Garderobe? Mhm. Das sieht ja aus wie ein Lager. Traurig. Auch. Weil ich nicht weiß, was los ist. Verzeih. Just Wine. Verzeih. 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 Heri. Ey, ey, ey. Wie alt sind Sie jetzt? Wie alt hätten Sie mich denn gern? Wissen Sie, in Ihrem Alter studiert man und oder man arbeitet. Muss das sein? Wissen Sie, das, was Sie hier lernen, werden Sie später brauchen können. Auch wenn Sie es jetzt nicht glauben oder verstehen. Kann ich jetzt gehen? Komm, ich mach's hier drinnen. Komm, komm, komm. Was ist denn da los? Es hat sich ja nahe schon. Oskar. Ja, glaub. Ich bin Arbeiten und du machst da einen Saustatt, statt dass du mal aufräumst. Wir wollten eigentlich nur Schnauz alleine mit meiner... Oskar. Kann ich bitte jetzt mit dir reden, wenn du angesoffen bist? Wieso warst denn du mit der Bella im Café? Wer? Die Bella. Bei mir hat sie sich als Bella vorgestellt. Ist das ein Hund? Ja, so ähnlich. Bella. Wie es um dich herumgeschwanzelt ist, könnte es auch noch sein. Ein Hund mit Schwanz? Oder? Und wieso weißt du ja nicht, dass es mich gibt, dass du eine Freundin hast? Das hat dir keiner gesagt. Nein, das hat dir keiner gesagt. Das ist aber sehr interessant, warum mir das keiner sagt. Mach mir doch lieber Fotos. Sag mal, Schatze, was ist mit dir los? Okay, warte. So. Genau. Wie soll ich schauen? So, wie du immer schaust. Na, so, Adi, d'Ale. Wie schau ich immer? Ah. Lieb. Was ist das? Nein, geh. Das willst du ein bisschen an Abstand. Ja, so. Eins mehr würde ich wirklich gern. So am Strand entlang spazieren, dann Abendessen, in einem schönen Vier-Sterne-Hotel, mit Spa-Bereich … Untertitelung. BR 2018